Hallo, ich bin Rainer Thorn. Ich mache Musik für und mit Kindern. Und heute zum Gründer-Nastag habe ich ein Lied ausgesucht, das, glaube ich, sehr gut zum Tag passt. Wenn Jesus ruft zu Tisch. Viel Spaß! Wenn Jesus ruft zu Tisch, dann meint er dich und mich. Er nimmt das Brot und dann er es spricht. Er teilt das Brot uns aus, wenn er dann spricht. Denn dies Brot für dich und ich, das Brot bin ich. Dies Brot für dich und ich, das Brot bin ich. Wenn Jesus ruft zu Tisch, dann lebt er dich und mich. Er nimmt den Wein und dann er zu wird nicht. Er teilt den Wein uns aus, wenn er dann spricht. Der Wein für dich und ich, der Wein bin ich. Der Wein für dich und ich, der Wein bin ich. Wenn Jesus ruft zu Tisch, dann meint er dich und mich. Wenn Jesus ruft zu Tisch, dann lebt er dich und mich. Da darf sich jeder Freund und bei ihm sein, weil Christus hier und hört zu uns und spricht. Komm her an meinen Tisch. Komm her an meinen Tisch, so lieb ich dich. Komm her an meinen Tisch, so lieb ich dich. Komm her an meinen Tisch, dann lebt er dich. Komm her an meinen Tisch, dann lebt er dich. Komm her an meinen Tisch.